so liebe leute willkommen zurück nach der kleinen pause geht es weiter mit sekiro shadows die twice ich habe immer noch das problem dass wir diese dämonen glocke loswerden müssen bzw diese nachwirkungen der dämonen glocke weil das ganze doch sonst ein bisschen schwierig ist deswegen werde ich noch mal die gute emma und den guten kuro sprechen vielleicht haben die eine idee ich bin froh dass ihr gekommen seid werter wolf es scheint als zeichnet nun weniger sorgen ja das sagt sie sonst auch immer er liest ich muss herausfinden was das geheimnis des dufts der urquelle ist damit wir das reich der götter erreichen können ich sage dir was ich herausgefunden habe okay die beiden sachen was noch mal was ist mit räuchergefäß passiert was ich fragen wollte hast du den geruch bemerkt denn das räuchergefäß noch verströmt äh ja ein leichter duft glaube ich stand am text dran der geruch erinnerte mich an sägemehl aber es war auch schwach nach sakura blumen du hast es auch gerochen für mich hat es ziemlich nach sakura blumen geduftet nur irgendwie anders was ist los wohl dieser duft er erinnert mich an etwas kennst du ihn etwa ich glaube schon ich erinnere mich nur nicht woher jetzt wo du es sagst emma sammer sagte dass vor langer zeit mal ein sakura baum hinter der burg stand vielleicht ist das ja eine spur ein sakura baum hinter der burg ich muss heraus ich sag der duft im räuchergefäß hat mich an einen sakura baum erinnert aber es war keine normale sakura blume vielleicht weiß emma sammer etwas über den sakura baum der einst hinter der burg stand okay dann spreche ich mal mit emma wir haben so viele spuren jetzt gerade im moment ich weiß gar nicht wohin der weg führt es gibt etwas das ich euch gerne fragen würde und was wäre das der sakura baum hinter der burg ihr meint den immer blühenden baum diesen sakura baum hat takeru sammer aus seiner heimat mitgebracht es ist also ein sakura baum aus dem reich der gatter ja er gibt uns einige rätsel auf er hat dauerhaft geblüht zu jeder jahreszeit doch den immer blühenden baum gibt es nicht mehr er ist einfach verwelkt jemand hat einen zweig abgeschnitten und alle blumen vom baum gepflückt ohne seine blumen konnte der immer blühende baum nicht überleben so war der ganze baum verloren werter wolf es scheint als zeichnet bitte sorgt dafür dass das kann ich jetzt mit diesem hinweis anfangen ja und ein hinweis auf die auf unseren glockendämon hier den haben wir auch nicht bekommen ein dämonischer geist gefangen in der eisenglocke des senpo tempels greift besitzt vom läutenden stärkt fein im umkreis der glockendämon bringt not doch vielleicht auch etwas bessere beute der gebrauch hat keine besondere wirkung außer den dämon zum vertreiben okay das heißt wenn ich es benutze dann wird der dämon vertrieben oder was ach okay sehr gut okay dann weiß ich bescheid sehr schön gut dann haben wir das problem schon mal gelöst gut dass ich da jetzt so durch zufall drauf gestoßen bin ich wollte noch mal mit dem dicken sprechen denn wir hatten ja diese dieses wirbelding diese windmühle gefunden die weiße und da stand ja dran dass die schneeweiß ist und da habe ich natürlich direkt an ihn gedacht der eine weiße blume eine schneeweiße blume glaube ich hat er sogar gesagt sucht und mal gucken vielleicht möchte er die haben und ich muss die schneeweiße wo kann sie nur sein das weiße windrad ist das die schneeweiße blume das ist ich erinnere mich jetzt hört her sie sind kinder des ewigen wassers und ich erinnere mich dass ich versucht habe ein schneeweißes windrädchen zu finden ein windrädchen für dieses kind sagt kann ich euch um einen gefallen bitten was könnt ihr mich verschwinden lassen was meinst du damit ich weiß wer ihr seid ihr seid ein shinobi richtig diese mönche sagen dass shinobi leute wegzaubern können sie verschwinden lassen als wären sie niemals da gewesen warum wünschst du dir das ich bin sicher wo auch immer ich dann lande dort werden die anderen sein und dann sehe ich sie wieder ich habe schließlich die aufgabe auf diese kinder aufzupassen ihr könnt das doch tun oder meint er mit verschwinden lassen sterben also ich bin doch kein scheiß zauberer ich kann es nicht tun ich verstehe wenn ihr eure meinung ändert sagt es mir bitte ihn verschwinden lassen ich gesagt weiß ich nicht wie er sich das vorstellt ich will ihn aber jetzt auch nicht einfach töten nachher ist mein mein gedanke der falsche und das meint er damit gar nicht dann gucke ich natürlich ein bisschen blut aus der wäsche ne das wollte ich eigentlich gar nicht so hatte ich mir das gar nicht gedacht separiert er ihn denn nicht mein gott die stelle mit den eidechsen so hier sind wir ja schon mal gewesen da haben wir die weiße blume glaube ich gefunden oder an der stelle oder die rot weiße da ist diese dämonen glocke ja und diesen wäre nicht weiter gegangen weil ich gesagt habe das sieht so nach boss kampf aus schauen wir mal ob ich recht behalte um eines sohnes willen nimm dein schwert runter das werde ich nicht du bist ein narr wow ok der macht ziemlich viel haltungsschaden und ich befinde mich tatsächlich in einem boss kampf was ich hab doch pariert mach ihm auch gar keinen schaden ne was ok dumm äh das ist schlecht jetzt ich hab glaube ich gar nicht die puppe ausgerüstet ich will jetzt nämlich gerade noch nicht sterben komm schon schnell raus komm schon raus ein schwein der killt mich hilfe ist das ärgerlich mein sohn bekommt das wasser hab ich jetzt ein ganzes level verloren ne ich war kurz vom level ab fuck ein gegner 3000 erfahrungspunkte das ist übel 3000 erfahrungspunkte ist ne ist ne menge das ist super ärgerlich gerade das ärgert mich gerade richtig das hat ungefähr eine millisekunde gefehlt dann wäre ich weg gewesen ein kleiner penner naja hier gibt's da muss es auch ne möglichkeit geben an dem vorbeizukommen keine lust gegen die zu kämpfen wenn da oben der endboss ist ochh komm Der Boss selber rückt auf den ersten Blick jetzt gar nicht so hart. Der hat doch nur einen Balken. Der muss halt parieren. Der generiert auch überhaupt keine Halter. Der generiert auch überhaupt keine Halter. Der macht ziemlich viel Schaden. Wieso macht der das nicht? Der Mekinikon, der fielts nieder irgendwie nicht. Jetzt. Okay. Der wird dann ja mal wütend. Komm schon, fall runter. Geht das? Geht das? Höre ca. Höre ca. Und schön. Ein Kind von Robert Geis? Gewichtsperle. Ah, schön. Hoch der Natur, Schatten, eine latente Fähigkeit, die nach einem Todesschlag Haltung wiederherstellt. Das haben wir doch. Ein Schiener muss damit rechnen, dass seine Feinde zahlenmäßig überlegen sind. Nach dem Tod eines Feindes muss er ausatmen. Aber das haben wir doch schon gelernt. Dachte ich. Lustig, dass der jetzt runtergefallen ist. Aber er war eh tot. Und hier haben wir jetzt auch den, meinen ersehnten Schrein. Ja, nur was mich halt wirklich richtig ärgert, ist das mit dem Level. Ich habe jetzt hier ein halbes Level einfach in den Sand gesetzt. Voll unnötig. Aber es muss weitergehen. Es steht schon ein Wolf, der, glaube ich, der auf mich wartet, um mir in den Rücken zu fallen. Noch einer. Relativ viele Erfahrungspunkte für so einen einfachen Wolf, den wir schon von Anfang des Spiels kennen. Vielleicht machen die ein bisschen mehr Schaden, aber 46 Erfahrungspunkte finde ich recht viel. Das ist aber, oh, guck mal. Das ist einer von diesen goldenen Karpfen. Ja, Schatzkarpfen. Direkt zwei. Sehr schön. Gehe ich wieder raus. Wieder jede Menge von diesen Mönchen. Oh je, einer hat mich entdeckt. Die Unüberwaffneten sind Gott sei Dank nicht so stark. Oh, es wirft halt auf mich. Irgendein brennender Wurfstern oder sowas. Kann ich vielleicht aufs Dach klettern? Mich retten? Oder nein? Hat er mich verloren? Okay, der scheint ziemlich doof zu sein, der Mensch. Dann hat ihm das ganze Bücherlesen über die ganzen Jahre wohl nicht viel geholfen. Mich da aus den Augen zu verlieren, das muss man auch erstmal schaffen. Decken sich natürlich alle relativ gut gegenseitig. Aber... Aber... Sind Gott sei Dank... ...so die schlauesten. Aber jetzt fängt er mich an, da zu suchen, wo ich schon eine Minute weg bin. So ist der der Idioten hier scheinbar. So ist der der Idioten hier scheinbar. Da oben ist da noch was auf dem Dach. Keramik-Splitter nur, aber immerhin. Ich hab das hab ich. Ja, wir können da rüber springen. Dann mach ich das auch. Vielleicht liegt hier auch noch was. Hier geht's jetzt das Tal runter. Das hatten wir, glaube ich, auch schon gesehen. Das ist der Weg, den wir gesehen hatten. Von der anderen Seite aus. Schaut mal, hier liegen überall Leichen, ne? Die sehen so aus, als wären die Wölfe drüber hergefallen, aber... Oh, Affen. Aber ich glaube auch, dass die Mönche nicht ganz unschuldig dran sind. Die machen hier irgendwelche... ...widichtigen Sachen. Guck mal, da unten ist noch ein Tempel. Ist das... Doch, das ist... Da bin ich schon gewesen. Auf der Seite. Oh Gott, ich dachte, ich wusste es. Das ist hier das Affental. Hört nur einen Schlag aus, die Affen. Aber ich glaube, so im Hinterhalt sind die nicht ohne. Sollte man jetzt nicht unbedingt unterschätzen. Vor allen Dingen erkennt man die auch echt schlecht, ne? Schauen wir mal an. Oh nein, hat der gerade einen Affen getötet, oder... ...will er dem Affen helfen? Auf jeden Fall ein Gegner. Man muss nicht sterben. Der Affe bedankt sich noch nicht mal bei mir, sondern will sich damit bedanken, dass er mich angreift. Was für ein Arsch. Ist das denn alles tote Affen, oder... Ne, das sind tote Menschen. Oh, eine Kaki. Ich habe schon einen Händler gefunden, der die verkauft. Ich gehe hier einfach mal den Baum so ein bisschen schnitzeln und... Da hängen doch noch ganz viele dran. Pflück dir doch mal ein paar. Irgendwie erwarte ich die ganze Zeit, dass mich gleich einer von hinten angreift und... ...herunter stößt oder so. Keine Ahnung. Gehen wir auch gleich noch hoch. Genau. Hier auf der anderen Seite sind wir gewesen. Da sind diese komischen Assassinen, die ziemlich krass sind. Ich glaube hier... ...wolle ich nicht runterspringen. Auch wenn wir gemerkt haben, hier mittlerweile bei Sekiro, dass auch große Höhen uns nichts... ...ausmachen und man auch schon mal einen Sprung riskieren kann. Aber ich glaube in dem Fall... ...gibt es da nichts zu holen. Dann sieht das... Das sieht mir aus wie eine Sackgasse. Ich hoffe, dass ich das... ...richtig interpretiere und wir hier jetzt alles gesehen haben. Dann gibt es weiterhin... ...nur einen Weg und... ...der geht hier hoch. Zu diesem Tempel hier, wo wir die Mönche eben gesiegt hatten. Sollt man auch hier überall Leichen. Werden sie es mal vernünftig bestatten können, finde ich. Ah, da sind wieder Assassinen, die sie... ...mit ihren Strohhüten. Ich muss aufpassen. Das reingehen. Das ist gut geklappt. Schon fast überraschend gut. Okay, und da haben wir noch Mönche. Ich verstehe nicht, warum die Mönche... ...was die mit diesen Assassinen zu tun haben. Die machen ja scheinbar gemeinsame Sache. Weil der eine, der kleine... ...von den Ratten hier... ...der kam ja aus dem Tempel raus. Haben ich jetzt die Mönche unten gehört? Oder was ist da gerade passiert? 148 Erfahrungspunkte gehabt, ja. Geht's weiter. Guck mal, da ist der Nächste. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier... ...den Tempel angegriffen haben, oder... ...ich glaub das aber nicht. Es sieht eher aus, als würden die den verteidigen. Und als würden die mit den Mönchen hier... ...gemeinsame Sachen machen. So wirkt das für mich. Aber es sieht nicht so aus, als wären die hier Eroberer. Guck mal, hier geht's auch noch lang. Ich weiß gar nicht, wo man zuerst lang soll. Okay, das ist der Nächste von diesen Assassinen. Und der hat eine von diesen Bambus... ...von den großen Bambushüten auf. Das sind die Nervigen. Okay, wir kümmern uns erst mal um das, was hier ist. Ach, da ist schon wieder einer von diesen Kotzern. Wow, der hat eine... Wow. Was bist du denn für ein Typ? Wow. Okay, damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Dass aus ihm einfach so ein Tausendfüßler rauskommt. Die haben nicht viel Haltung. Nicht viel zu befürchten. Aber er hier. Vor allen Dingen, ihn kann ich auch nicht töten, ne? Hatten wir ja schon festgestellt. Ich will so einen Moment außer Kraft setzen. Die beten die an, die Typen hier. Okay. Der mag mich. Aber ich hab ihm überhaupt keinen Schaden gemacht, ne? Okay, die versuchen, einen zu greifen. Aber er kann auch anders. Er kann auch schlagen. Schluch. Man weiß halt gar nicht, wann er genau angreift. Fettwachsklumpen. Ich weiß nicht, ob der tot ist, der Typ. Ich glaub, der steht gleich wieder auf. Hm? Ja. Aber wir haben ja das Item. Das ist die Hauptsache. So, ich schau mich hier vorne nochmal um. Hier bin ich nämlich noch nicht gewesen. Okay, hier geht's aufs nächste Dach. Das ist jetzt natürlich die große Frage, ne? Wo geht's jetzt weiter? Jetzt mehrere Wege, die wir gehen können. Hier geht es... Ne, da waren wir schon. Also hier ist dieses... Dieser große Tempel, auf dem wir uns gerade befinden. Und dann geht's noch hier die Berg... Einige Wege... Diverse Wege, den Berg hoch. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal hier um. Okay, hier ist auch irgendwas im Gange. Das sieht mir fast aus wie ein Bosskampf. Bin schon wieder kurz vor Level up, ne? Will ich jetzt eigentlich erstmal nicht reingehen. Ach, das sind diese Spinnen. Diese Spinnenmenschen. Komm, wenn da so Spinnenmenschen drin sind, dann wird das kein Bosskampf sein. Hoffe ich. Okay, da sitzen auch diverse. Oh, es ist doch ein Bosskampf. Okay, es gibt viele kleine und einen großen. Die hier oben habe ich aber jetzt alle beseitigt, oder? Kein Bock, das gleich von oben noch, weil ich auf mich runterspringe. Wolle ich mir nämlich den von hier... Und dann laufe ich hier mal schnell raus. Was sagt ihr denn? Okay, wartet. Brenne. Nicht auf was. Nicht auf was. Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop-Bop